Adria Mortale, Bittersüßer Tod, von Margherita Giovanni, es liest Sandrin Mittelstädt Prolog Die Glocke von San Francesco läutete und erschreckte einen dösenden Vogel, der sich vom Sims des Kirchturms in die Luft erhob. Ein warmer Wind fuhr unter seine Flügel, trug ihn über den Hügel, auf dem sich das Dorf Pesaro del Monte Piccolo Cattolica hinter die Reste alter Mauern duckte. Häuser aus lehmbraunen Steinen klebten dicht an dicht an der mittelalterlichen Hauptstraße. Wie ein Schneckenhaus gewunden, führte sie zum Herz der Gemeinde, wo sich von oben betrachtet das Gewirr der ziegelgedeckten Dächer öffnete. Diese glichen den sommerlichen Feldern, die sich uneinheitlich in Form und Farbe im Westenland einwärts erstreckten. Noch dominierte am Boden helles Grün, das jedoch bald schon verschwunden sein würde, wenn die reifen Ehren sich kurz vor dem Schnitt unter ihrer Last bogen und das Land in stumpfen Gelb und dem feinen Staub der Getreideernte versank. Hier und da unterbrachen kleinere Weiler und Olivenhaine das Bild. Weinstöcke fügten dem Farbenspiel ihren Teil hinzu, während sich gen Süden am Monte Bartolo der Wald verdichtete. Die Ebene nördlich des Hügels war stärker besiedelt und entlang des Strandes von Katholiker mit bunt gestreiften und getupften Sonnenschirmen übersät, unter denen sich Urlauber in modischer Badebekleidung auf Liegestühlen räkelten. Der Vogel überflog die Werkstatt von Gino Tadelli, der vom Traktor bis zum Transistorradio alles in Gang zu setzen wusste, und die Backstube von Signora Tozzi, bei der es immer ein paar Brotkrümel zu stibitzen gab. Dann zog er seinen Kreis enger und erwog, zum Turm zurückzukehren oder zumindest am Brunnen auf dem Platz davor zu landen, um den sich die wichtigsten Gebäude scharrten. Die Kirche, das Rathaus, auch wenn der Begriff für die Amtsstube des Bürgermeisters ein wenig hochgegriffen war, eine Trattoria und der Kramladen. Werbung an der Fassade anzubringen, war dem Inhaber untersagt worden, und so trug Signor Janazzo täglich am Morgen außer dem Zeitungsständer und den Obstkisten auch einige Schilder nach draußen und am Abend wieder hinein. Ein stures und unnötiges Ritual, denn seine Kundschaft kannte das Sortiment ohnehin. Doch er liebte die Botschaften auf Blech, die brillanten Farben und die verschnörkelte Schrift. Ganz besonders ein neuestes Schild mit einer verzückt lächelnden Frau und einem Mortarelle-Eis am Stiel. Die Anschaffung der Eistruhe hatte fast genauso viel Wirbel verursacht, wie das erste Paar Damenstrümpfe aus Nylon, die er damals im Schaufenster präsentiert hatte. Beides reiner Luxus und dem Pfarrer ein Dorn im Auge. Und beides nach jeder Lieferung binnen kürzester Zeit ausverkauft. Die Glocke von San Francesco schlug noch immer. Ihr spröder Ton wehte weit hinaus aufs adriatische Meer, ein wenig schief und zu hell für ein anständiges Geläut. Eine Behelfsglocke, weil die ursprünglich im Turm angebrachte einst gestohlen worden war. Im Krieg oder von Piraten, ganz genau war es nicht überliefert, und erinnern konnte sich natürlich niemand mehr, lag der dreiste Raub doch schon lange zurück. So lange, dass es Leute gab, die meinten, er habe nie stattgefunden, und das mickrige Glöckchen sei schon immer da gewesen. Eine Frage, über die nicht selten Streit entbrannte, so wie auch über manch anderen Sachverhalt in Pesaro del Monte Piccolo, katholica, gern und oft und laut gestritten wurde. Der kleine Vogel flatterte weiter zum einstigen Kloster am Rand der Steilküste, das den Naturgewalten und dem Salzwasser die Stirn geboten hatte, ehe es zerfiel. Von der Existenz der Mönche zeugten kaum mehr als ein paar Grabsteine im hohen Gras und die Einfriedung des Kräutergartens, in dem seit damals würzig duftende Pflanzen sprossen. In einiger Entfernung, etwas tiefer am Hang, unweit eines malerischen, wenn auch selten genutzten Fußweges zum Strand, ließ sich das Vögelchen im Geäst des ältesten Aprikosenbaumes von Cesaro Colina nieder. Ein knorriges Exemplar, das die meiste Zeit des Jahres mehr tot als lebendig aussah. Auf dem Weg wirbelte zwischen Ginster, wilden Orchideen und Lorbeer Staub empor, begleitet von Lachen und Gesang. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Zwei von Sonnenhüten bedeckte Köpfe kamen in Sicht, gerötete Schultern, an denen Badetaschen baumelten, überragt von einer aufgeblasenen Luftmatratze. Das Kissen am oberen Ende wippte bei jedem Schritt, als wolle es den Sängerinnen zustimmen. Arglos betrachtete der Vogel den unter ihm gekrümmt auf dem Rücken liegenden Mensch, der in den leuchtend blauen italienischen Himmel starrte. Ein feuchter Schimmer glänzte in seinen Wimpern. Stöhnend bewegte er die Lippen. Aus einem Mundwinkel ran Speichel und bildete Blasen. Zum letzten Schall von San Francesco durchfuhren wellenartige Zuckungen den ausgestreckten Körper, als peitschte jäh ein Sturm übers Meer. Dann wurde es mit einem Mal still. Nichts regte sich mehr. Selbst die Luftmatratze hörte aufzunicken. Und in die Ruhe hinein plusterte das Vögelchen sein Gefieder und begann zu zwitschern. Einige Tage zuvor Der babyblaue Motorroller wurde langsamer und langsamer, schließlich hielt die Fahrerin an. Sie konnte das hartnäckige Pochen an ihrer Schulter nicht länger ignorieren. »Was ist denn?«, fragte sie nach hinten gewandt und klopfte ihrerseits auf die Tankanzeige. Das sah nicht gut aus. »Wir haben uns verfahren, gib es zu!« Ärgerlich schaute Elke die schmale, asphaltierte Straße rauf und runter, die sich in sanften Kurven dahin zog. Leider führte sie tatsächlich schon seit geraumer Zeit nur noch bergauf, obwohl sie doch runter wollten ans Mittelmeer. Außer ihnen war keine Menschenseele zu sehen und der letzte Wegweiser, an dem sie sich noch sicher gewesen war, lag ein ordentliches Stück zurück. Ausgerechnet Sonja, die Straßenkarten grundsätzlich verkehrt herumhielt und kein Wort Italienisch konnte, musste sie jetzt mit der Nase auf ihren Fehler stoßen. Irgendwo war sie falsch abgebogen. Dabei hätte sie jeden Eid geschworen, dass auf dem Pfeil, dem sie gefolgt war, sowohl Pesero als auch Katholiker genannt gewesen waren. Und nun krochen sie einen Hügel hoch und ihrer heißgeliebten Zünd ab ging die Luft aus. Der Sprit genau genommen. Kann sein, sagte Elke leicht hin und unterdrückte ein Seufzen. Sie schob die Sonnenbrille hoch und kniff die Augen zusammen. Du, sieh doch mal dort! Mit ausgestrecktem Arm deutete sie nach vorn. Da sind Häuser, du Angsthase! Dort, über den Baumwipfeln! Wirst schon sehen, wir sind hier goldrichtig! Sie setzte die Brille wieder auf die Nase, ließ sich die Zweifel an der eigenen Aussage nicht anmerken und hielt den Atem an, bis der Motor ihrer Bella wieder tuckerte. Den Spritverbrauch bis Katholiker hatte sie genau, aber knapp kalkuliert, ohne unfreiwilligen Abstecher, wie sie vermutlich gerade einen machten. Sonja schaute immer noch skeptisch drein und war es auch. Einen Kommentar sparte sie sich jedoch und schlang ergeben die Arme um ihre Freundin. Es war Elkes Rolle und es war Elkes Idee gewesen, gemeinsam einen Italienurlaub zu machen. Und obwohl es ihr nicht gefiel, Angsthase genannt zu werden, musste sie sich eingestehen, dass sie einer war. Ohne Elke wäre sie weder hier noch anderswo in den Ferien. Sie säße bei ihren Eltern, würde im Haus helfen und im Garten und sich schief ansehen lassen, wenn sie nur mal ins Kino wollte. Doch Elke hatte ihr die richtigen Worte in den Mund gelegt, die sie im heimischen Wohnzimmer brav wieder ausgespuckt hatte. Ihrem Vater war die Zigarette aus dem Gesicht gefallen und hätte um ein Haar ein Loch in sein Feinripphemd gebrannt. Eins von den Neuen war ja klar. Das hätte sie ihm dann ersetzen müssen. Sonja verdiente ihr eigenes Geld. Erbärmlich wenig, auch nach der abgeschlossenen Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin und lieferte davon jeden Monat unaufgefordert ihr Kostgeld ab. Da stand es ihr doch wohl zu, von dem, was sie angespart hatte, ab und zu etwas für sich selbst zu verwenden. Sie war erst 23, wollte leben, statt ständig an morgen zu denken. Der richtige Mann zum Heiraten würde schon noch kommen. Und einer, der nach der mitgebrachten Aussteuer schielte, konnte ihr sowieso gestohlen bleiben. Sonja wurde es jetzt noch heiß beim Gedanken an das versteinerte Gesicht ihrer Mutter, als sie gewagt hatte, ihre Wünsche auszusprechen. Und bei Elkes erster Berechnung war es ihr sogar regelrecht schwindelig geworden. Doch dann hatte Elke jeden einzelnen Posten geprüft und vor ihren Augen schrumpfen lassen, bis eine auch für Sonja erträgliche Summe übrig geblieben war. Wir brauchen kein Reisebüro, keine Zugfahrt, kein feines Hotel. Wer könnte uns besser nach Bella Italia tragen als meine gute Bella? Mit ihr kommen wir überall hin. Rom, Venedig, Rimini. Die ganze Adria liegt uns zu Füßen. Sie hatten im Café gesessen und alle Köpfe waren herumgefahren, als Elke den Zündabwerbespruch durch den Raum schmetterte.